Heidi Ho! Willkommen zurück! Einmal hier schön hoch und der nächste Kampf erwartet uns. What are you doing? Doing, doing, doing! Police wants to fight and send out a... Pidgeot. Pidgeotto. Eigentlich sollte ich lieber wechseln. Pinsir ist nicht sonderlich gut. Krabbi ist nicht sonderlich gut. Ja. Wow, ich hab eine... Hohe Fluganfälligkeit fällt mir gerade auf. Hahaha! Wirbelwind funktioniert hier nicht! Wirbelwind funktioniert hier nicht! Jut, 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 Jut! Ähm... Dugon! Eis? Wasser? Eventuell hätte ich wechseln sollen auf meinem Pflanzen-Pokémon, wobei das ja eigentlich mehr Eis ist. Und Eis ist... Ja... Effektiv gegen Pflanze. Oh nein! Hast du mich so weit geschwächt? Komm! Payday! Bum 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 bum... Da 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 da! Und Mautzy erreicht Level 49! Red Decade! Ähm... Du bleibst einfach draußen! Bite! Come on and bite! For the right! Ah, Superfunk! Oh, macht nichts! Lalalalala! Ich hoffe, er bleibt bei Superfunk! Ja, das ist schön! Dann... Wuhuhuhuhuhu! Backabouty! Das war knapp! Und Simsela fragt sich gerade, was ich für ein komisches Geräusch gemacht habe. Gold, butt! Ja, ich wechsle zu... Pin-Dir! Doodododum! Doododum! Und das machst du jetzt, bitteschön, platt! Oh, ich hab' die Flugattacken vergessen... Doododududud麻... Doodododudum! Okay! Okay. Pfff, setzt ruhig so ne Attacke ein. Macht mir nichts. How did Team Rocket manage to penetrate us? Tja. So ein Pop of Hyper Posen. Hyper Hyper. Kann noch einmal schnell gegen ihn kämpfen. D statements. Pfff, Wundt, 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 Wundt. Wie hohe ist seine Verteidigung? Hoch genug. Das fand ich immer so lustig, dass es dann zu so einem kleinen, sternartigen Gebilde wird. Aber, aber, aber... Ah, Krabby. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war. Hm, schade. Nein, definitiv nicht. Nur, äh, mittlerweile ist das so, wenn sich jemand so verkleinert und man dann drauf stampft, macht es den doppelten Schaden. Meine ich nachgelesen zu haben. Okay, äh, Reizu... Ja, was setze ich denn da am besten ein? Schon irgendwie... Ich versuche es erstmal mit Pinsir. Weil Krabby gegen Elektro-Pokémon kann ich recht vergessen. Dö, 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 dö ... ...ähm, Thundershot. Das dürfte hoffentlich nie-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-ist. Ausreichen. Mach, schade. Das wäre jetzt toll gewesen. Und jetzt bin ich down. Oh, doch nicht. Komm, dann habe ich noch einen Versuch. Komm, letzter Versuch. Mach es. Oh, schade. Bye-bye, Pinsir. Krabbi brauche ich nicht einsetzen. Mauti hat auch zu wenig. Radikal. Hyper Fang. Hyper Hyper. Und Reitschiff besiegt. Maus gegen Ratte. Ähm, Seedra. Da kommt jetzt mein Pflanzen-Pokémon zum Einsatz. Was auch endlich eine Pflanzen-Attacke hat. Das hat ja sehr lang gedauert, bis es das bekommen hat. Auf Level 48. Da, äh, der Rankenhieb schon verlernt war. Hm, nun gut. Ähm, jetzt muss ich hier sowieso erstmal ordentlich... Komm ich hier eigentlich so weit zurück, Nö. Ähm, magelblab. Ach, komm. Ähm. Wo, wo? Nein, hier den unteren Ja Weil hier wollte ich nämlich Bitteschön noch einmal kurz dran Super Potion Und hier rum Wie Wie und wo komme ich jetzt hier Hier raus, okay Dann einmal schön wieder nach oben Stockwerk ist erledigt Pokémon sind Art angeschlagen Interessante Musik fürs Casino Ich finde die Musik toll, aber irgendwie passt sie nicht zum Casino Und sehr schön, dass Simsalah jetzt meinen Stuhl freigemacht hat Jetzt muss ich nur noch ihre Haare hier vom Stuhl wegkriegen Damit ich die nicht gleich am Arsch hängen habe Und dann kann ich mich auch gleich draufsetzen Obwohl so schlecht ist die Musik eigentlich gar nicht für so ein Casino So relativ schön, flott und freundlich Aber So alles kann, nichts muss Und ich habe jetzt überhaupt nicht gelesen Was der nette Policeman gesagt hat Der jetzt gegen mich kämpfen möchte Aber er sind Ja Was soll ich dazu sagen Ich Ja Irgendwie sieht es gruselig aus Skibutops Loss its head Oh Dann greift er mich gleich mit Schädelwummer an Und du bist weg Nicht effektiv, aber trotzdem alle Lebenspunkte Alle üblichen Alle verbliebenen Auf einmal abgezogen So Bist du anfällig für'n Seismic Toss? Ich weiß nicht, was für ne Verteidigung Ne hohe Definitiv Ne hohe Verteidigung Ich bleib doch beim Seismic Toss Uiuiui Das war knapp Aber gut Wir haben es überstanden Das Pokémon ist auch besiegt What? I lost? No! Oh yes Oh yes Ähm Items Super Potion Fröhlich Max Potion Escape Maggot Moon Hyper Potion Vermutlich kann ich mittlerweile Hyper Potion Hier in dem Laden kaufen Muss ich mal machen Bevor ich in die Arena gehe So Hier unten finde ich TM Nummer 10 Und TM Nummer 10 Ähm Double Edge Doppelteam Ich vermute es gerade mal so Aber wir sind zeitlich auch schon wieder sehr weit vorangeschritten Weswegen ich hier einen kurzen Schnitt mache Und ich hoffe wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Hier bei Pokémon in der Team Rocket Edition Mit mir, dem Popo Bis dahin Endet Na dann Tschüss eins Und dann